Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und wir analysieren heute zusammen die Aktie von Comcast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Ach ja, und dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Im ersten Schritt schauen wir immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Comcast eigentlich? Comcast ist ein US-amerikanisches Unternehmen und gehört zur Branche Media & Publishing, genauer gesagt Cable & Satellite. Ihr findet die Aktie unter der Wertpapier-Kennnummer 157484. Comcast hat eine Marktkapitalisierung von rund 189 Milliarden US-Dollar und das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Und weltweit beschäftigt Comcast rund 189.000 Mitarbeiter. Dann schauen wir uns mal die Wettbewerbssituation der Branche Media & Publishing, genauer gesagt Cable & Satellite, etwas genauer an. Nach Marktkapitalisierung ist die Comcast die unangefochtene Nummer 1 mit 189 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Damit ist der Börsenwert mehr als doppelt so groß als der der zweitplatzierten Charter Communications. Auch nach den Revenues-Umsätzen haben wir ein ähnliches Bild. Nach Time-to-Market hat die Comcast 120 Milliarden US-Dollar und Charter Communications auf Part 2 mit 52 Milliarden US-Dollar. Auch regional ist die Verbreitung einfach, denn Comcast ist weltweit tätig. Der eine oder andere von euch würde jetzt sagen, Comcast kenne ich nicht, aber wir werden gleich sehen. Die kennt ihr alle. Comcast ist nämlich ein Medien- und Technologieunternehmen und ist unterwegs im Bereich Kabelkommunikation, Medien, Studios, Themenparks und Sky. Im Bereich der Kabelkommunikation bedient Comcast sowohl privat als auch Geschäftskunden. Und das mit dem ganzen Spektrum, also Breitband, Videosprah und Wireless-Dienste. Warum jetzt unter der Kabelkommunikation Wireless-Dienste aufgeführt sind, ist ein bisschen eigenartig, aber vielleicht liegt es ja am WLAN-Kabel. Comcast bietet außerdem noch Werbeleistungen und hat die Marke Xfinity im Rennen. Im Bereich der Medien hat die Comcast Fernseh- und Streaming-Plattformen im Angebot. Vielleicht kennt ihr ja die NBC Universal, die NBC, Telemundo Broadcast oder die Peacock-Netzwerke. Im Bereich der Studios ist sie in Produktion und Vertrieb tätig und betreibt auch Fernseh- und Filmstudios. Am bekanntesten sind sicher die NBC Universal oder wie sie auch heißen Universal Pictures. Und die Comcast betreibt auch die Universal Themenparks, zum Beispiel in Orlando, Hollywood, Osaka und Peking. Dann haben wir noch die Sparte Sky, das sind Direct-to-Consumer-Dienste. Und zwar insbesondere mit Video und Breitband, aber auch mit Sprach- und Telefondiensten. Am bekanntesten ist wahrscheinlich das Content-Geschäft mit den Unterhaltungsnetzwerken und insbesondere mit Sky News und Sky Sports. Was gibt es sonst noch zu sagen? Naja, Comcast besitzt die Philadelphia Flyers, das ist ein NHL-Eisocke-Team. Und dann haben sie gleich noch die passende Arena mit dem Wells Fargo Center in Philadelphia. Bei der Anteilseigner-Struktur haben die Institutionellen wieder mal mit 84% den überragend großen Anteil, für uns Kleine verbleiben 15% und der Rest ist für den Rest mit einem Prozent. Und damit schwenken wir zu den harten Fakten und den Unternehmenszahlen. Der Umsatz oder Revenue ist so wichtig, dass er im Income-Statement ganz oben steht. Deswegen nennen wir ihn auch Topline und mit ihm fangen wir auch an. Im Geschäftsjahr 2021 stehen 116,4 Milliarden US-Dollar zu Buche, das ist auf Einjahresbasis eine Zunahme um 12,4 und auf Fünfjahresbasis eine Zunahme um 36,9%. Sowohl kurzfristig als auch langfristig stimmt die Tendenz, das gefällt mir. Oft sagen wir ja, es ist wichtig, was unterm Strich rauskommt. Im Income-Statement steht ganz unten Net Income oder Gewinn, deswegen heißt das auch Bottomline. Und in 2021 waren das 13,8 Milliarden US-Dollar auf Einjahresbasis eine Zunahme um 29,3%. Aber in 2017 waren es halt schon mal 22,9 Milliarden US-Dollar und das ist dann ein Fünfjahres-Minus von minus 39,6%. Die absoluten Zahlen sagen nicht immer so wahnsinnig viel aus, darum bilden wir mal ein paar Relationen und schauen uns mal das Verhältnis zwischen Net Income-Gewinn zu Revenue-Umsatz an. Das Ganze heißt dann Return on Sales oder Netto-Umsatzrendite. Und wir landen in 2021 bei 11,9%. Das ist zweistellig, aber wir sehen, das Ganze ist uneinheitlich bis so ein bisschen stagnierend. Nachdem Anteilseigner ja einen Anteil am Eigenkapital haben, interessiert uns bei der Profitabilität, Return on Equity oder die Eigenkapitalverzinsung, also das Verhältnis zwischen Net Income und Eigenkapital. Und auch hier haben wir ein ähnliches Bild. In 2021 hatten wir eine Eigenkapitalrendite von 14,1%. Das ist zweistellig, aber wir sehen auch, die Tendenz ist eher so ein bisschen uneinheitlich. Wir haben so ein bisschen Stagnation und wenn man es langfristig anschaut, dann geht es eigentlich zurück. Ob man das jetzt gleich schlecht finden muss, lassen wir mal dahingestellt. Aber richtig gut gefallen tut es mir auf jeden Fall nicht. In unserer Profitabilitätsanalyse schauen wir gleich mal auf Return on Capital Employed, den sogenannten ROCKE oder die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals. Also im Zähler das EBIT und im Nenner Total Assets minus Current Liabilities. In 2021 waren wir hier einstellig mit 8,4% und auch hier sehen wir stagnierend, wenn nicht leicht rückläufig. Wichtiger als die absoluten Zahlen sind hier die Tendenzen und die Tendenz ist zumindest nicht so wahnsinnig. Vorher haben wir ja schon mal einen Blick auf Return on Equity geworfen. Damit geht es jetzt auf die Bilanzstruktur und wir beginnen zuerst mal mit dem Fremdkapital oder den Total Liabilities. Und im Jahr 2021 hatten wir insgesamt 177,9 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten. Das ist leicht rückläufig. Jetzt kommt wieder die Crazy Slide mit dem Eigenkapital und der Überleitung auf den Substanzwert. Eigenkapital ist ja die Residualgröße in der Bilanz, also das, was übrig bleibt, wenn man von den Vermögensgegenständen die Schulden abzieht. Und wir sehen hier in 2021 ein Total Equity oder Eigenkapital von 98 Milliarden US-Dollar. Das Eigenkapital hat sukzessive zugenommen und das ist natürlich eine feine Sache, oder. Ja, an sich schon, wenn denn die Vermögensgegenstände, die sich auf der Aktivseite der Bilanz befinden, alle werthaltig sind. Deswegen schauen wir mal auf den Goodwill. Da gibt es zweierlei, nämlich den Orginären. Das sind hier in dem Fall eher die Other Intangibles. Und den Derivativen, das ist hier der Goodwill. Die Orginären sind im Endeffekt sonstige Vermögensgegenstände. Bei einem Filmstudio sind das die gesamten produzierten Filme. Und da sehen wir schon eines der Bewertungsrisiken. Denn in einem Industrieunternehmen, da hat man ein Gebäude, das kann man verkaufen. Oder man hat Maschinen, die kann man auch verkaufen. Aber was ist ein Film? Bits and Bytes. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist das Ganze wert? Also hier der originäre Goodwill. Und dann haben wir noch den Derivativen Goodwill. Der entsteht dann, wenn man andere Unternehmen übernimmt und mehr bezahlt, als die Dinger eigentlich wert sind. Und das nennt man dann Goodwill. Beide Positionen darf man inzwischen in die Bilanz einstellen. Weil wir da mal lieber vorsichtig sind, rechnen die raus. Dann kommen wir auf den Substanzwert. Den sehen wir hier im dunklen grünen Balken. Und wir sehen, im gesamten Zeitraum ist der negativ. Er nimmt zwar ein bisschen zu, aber wir haben hier einen negativen Substanzwert in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar. Das ist keine Pommesbude. Und natürlich kommt wieder der Spruch für sicherheitsorientierte Anleger. Ist das ein No-Go? Damit ergibt sich natürlich automatisch, wenn wir jetzt auf Eigenkapital- und Substanzwertquote schauen, dass wir eine Eigenkapitalquote von rund 35,5 Prozent haben. Die ist zwar leicht steigend, aber doch noch etwas schwach. Gleichzeitig haben wir aber eine Substanzwertquote, die zwar ebenfalls steigend ist, aber negativ ist und natürlich deutlich zu gering. Wie gesagt, für sicherheitsorientierte Anleger geht das gar nicht. Und dann sage ich mal, wenn wir auf der einen Seite jetzt in der Bilanz mit dem Substanzwert so ein bisschen ein Issue haben eigentlich schon, dann sollten wir ein bisschen mehr Sicherheit auf anderer Seite haben, zum Beispiel bei der Liquidität in der Current Ratio. Die Current Ratio ist das Verhältnis zwischen den Current Assets und den Current Liabilities. Die sollte mindestens bei 1,0 besser größer 1,5 sein. Und wir sehen gleich, die ist nur bei 0,8. Sie ist sogar rückläufig und sie ist definitiv zu gering. So, und da muss ich ehrlich sagen, für sicherheitsorientierte Anleger ist das jetzt ein Punkt, wo ich Bauchschmerzen bekomme. Denn wenn ich schon einen negativen Substanzwert habe, dann sollte ich bei der Current Ratio einen deutlichen Sicherheitspuffer haben und den haben wir hier nicht. Der nächste Punkt auf der Analyseagenda ist das Thema CapEx zu Abschreibungen oder die Reinvestment Rate. CapEx sind die Capital Expenditures oder die Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter und die Abschreibungen sind der Versuch, die Alterung des Anlagenbestands buchhalterisch abzubilden. In der Relation bedeutet das, Werte unter 100% führen dazu, dass die Kapazitäten etwas weniger werden und die Anlagen veralten. Werte über 100% führen zur Ausweitung der Kapazitäten und einer Erneuerung der Anlagen. Wir sehen im gesamten Zeitraum größer 100%. Die Comcast investiert also in die Zukunft, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und jetzt wird es interessant mit Free Cash Flow, Dividende und Payout Ratio. Und weil neulich mal die Frage aufkam, hier wieder zur Erinnerung, Free Cash Flow ist gleich operativer Cash Flow minus CapEx. Und in 2021 sehen wir hier 19 Milliarden US-Dollar Free Cash Flow. Der ist auch stark steigend im Zeitraum und das gefällt mir. Auch das Dividendenvolumen steigt auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Und wir haben einen sehr guten Wert, der Payout Ratio, also der Anteil des Free Cash Flows, der für die Dividende verwendet werden muss. Der liegt nämlich bei rund 24%. Dann schauen wir uns noch die Anteilsscheine an. Ich mache das immer indirekt über die Entwicklung der Diluted Shares Outstanding. Also aller derjenigen Anteile, die potenziell auf den Markt kommen könnten. Und hier sehen wir eine leichte Verwässerung von 20 auf 21 und das ist nicht ganz so schön. Den Wert haben wir uns jetzt angeschaut. Schauen wir mal auf den Preis und inwieweit Preis und Wert in der vernünftigen Relation stehen. Aktuell müssen wir an der Börse für die Comcast Aktie 41 US-Dollar und 82 Cent auf den Tisch legen. Das ist eine Kursveränderung auf Jahresbasis von minus 27,66%. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt günstig oder teuer ist, schauen wir auf die sogenannten Multiples oder Multiplikatoren. Und wir beginnen mit dem bekanntesten, dem KGV, dem Kursgewinnverhältnis. Hier teilen wir den aktuellen Börsenkurs durch den letzten Bilanzjahresgewinn und erhalten die Aussage der Amortisationszeit des Kaufs der Aktien in Jahren. Und aktuell liegen wir bei 14,1%. Und in der Grafik sehen wir sofort, das liegt eher in einem mittleren Bereich im letzten 5-Jahres-Zeitraum. Analoge Berechnungsweise haben wir beim KCV, beim Kurs-Cashflow-Verhältnis. Und weil das letzte Mal die Frage aufkam, jawohl, ich beziehe mich hier auf den Free-Cashflow. Also, wie wir vorher schon mal angeschaut haben, das ist Cashflow from Operations minus CapEx. Und da liegen wir aktuell bei einer Amortisationszeit von 10,2 Jahren. Und wir sehen auch, das ist rückläufig und im Zeitraum der niedrigste Wert. Und logischerweise hängt das natürlich damit zusammen, dass die Free-Cashflows in 2021 ganz erheblich gestiegen sind. Während gleichzeitig die Börsenkurse deutlich nachgelassen haben. Das nächste Multiple ist der Enterprise-Value im Verhältnis zum EBDA. Also Marktkapitalisierung plus Fremdkapital abzüglich Cash, geteilt durch operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Generell, wenn euch das Konzept meiner Analysen interessiert, dann schaut doch mal in die Money-in-the-Box-Toolbox. Da findet ihr viele Hintergründe dazu. Und hier beim Enterprise-Value im Verhältnis zum EBDA sehen wir, die Kennzahl ist rückläufig. Im Zeitraum sind die 10,5 eher niedrig. Wie schaut es mit den Benchmarks aus? Pi mal Daumen Benchmark über alle Branchen liegt bei 20, sind wir mit 10,5 natürlich günstig. Und jetzt wird es schwierig, weil was ist die Branchenzuordnung der Comcast? Gehen wir nach Entertainment, liegen wir bei 31,6. Gehen wir nach Broadcasting, liegen wir bei 7,3. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Da wären wir dann bei 19,5, wo der Benchmark über alle Branchen liegt. Ich finde, hier hilft uns die Branchenbetrachtung relativ wenig. Wir können aber sagen, dass wir auf Enterprise-Value im Verhältnis zum EBDA-Verhältnis aktuell etwas niedriger bewertet sind als sonst. Nicht wahnsinnig viel, aber zumindest ein bisschen. Nächster Punkt, Dividendenrendite, die ist wieder steigend und liegt bei 2,3%. Das ist doch schon mal was. Und damit ist es jetzt an der Zeit, einen Strich drunter zu ziehen und uns Gedanken über die Bewertung zu machen. Die Analysten sind zu 68% auf der Käuferseite, zu 30% sind sie sich unsicher und 2% sind auf der starken Verkäuferseite. Und auch die Kursziele divergieren stark zwischen 40 und 70 US-Dollar. Dann schmeißen wir mal die eigene Bewertungsmaschine an und wir beginnen mit der Cash-Conversion-Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cashflows zu verwandeln. Die Cash-Conversion-Rate ist steigend und wir haben sehr gute Werte, größer 1, nämlich bei 1,4. Seit dem Lumen Technologies Review gibt es diese Transformationsbetrachtung. Hier schauen wir auf Zinsaufwand, Dividendenvolumen und Sales-Conversion-Rate. Zinsaufwand ist rückläufig insgesamt unproblematisch, Dividendenvolumen ist leicht steigend, allerdings auch unproblematisch. Und die Sales-Conversion-Rate liegt bei 16% und das ist okay. Dann haben wir noch das Thema der Interest Coverage, also der Zinstragfähigkeit, dem Verhältnis zwischen EBIT und dem Netto-Zinsaufwand. Der ist wieder steigend und wir liegen bei 4,9% und sind damit gut abgesichert. Brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Wichtig für die Discounted Cashflow-Analyse ist die sogenannte Margin of Safety oder die Sicherheitsmarge. Ich mache die nicht pauschal, sondern wir schauen uns das Unternehmens individuell an, basierend auf unserer gesamten Analyse. Und wir haben sie ja bisher schon angesprochen. Die großen MECA-Positionen liegen bei der Substanzwertquote und bei der Current Ratio. Und wir kommen insgesamt raus bei einer Margin of Safety von 24%. Nochmal der Hinweis, negative Substanzwertquote, insbesondere in Kombination mit einer relativ schwachen Current Ratio. No-Go für risikoerwerte Anleger. Als Basis für das Discounted Cashflow-Verfahren benutze ich immer eine Szenario-Rechnung für das Wachstum der Umsätze sowie der Sales-Conversion-Rate. In der Grafik sehen wir die vier Szenarien, jeweils ein Best- und ein Worst-Case sowie zwei mittlere Szenarien. Umsatzwachstumsraten finde ich eher ein bisschen enttäuschend, ist natürlich der Größe des Unternehmens geschuldet und die Tendenz ist sinkend. Bei der Sales-Conversion-Rate sehen wir sehr homogene Werte. Das Niveau ist okay, jetzt nicht wahnsinnsüberragend, aber so immer zwischen 14 und 14,5%. Insgesamt passt es. Bei einem Discounted Cashflow-Verfahren bewertet man ja zukünftige Zahlungsströme auf die Werthaltigkeit heute. Dafür benötigt man einen Discountsatz. Dazu benutzt man die Gewinnerwartung. Diese orientiert sich am WEC, den Weighted Average Cost of Capital. Aktuell haben wir einen WEC von 5,32 auf Basis der risikolosen Verzinsung der 30-jährigen US-Bonds. Und aufgrund des risikobehafteten Geschäftes gehe ich von einer Gewinnerwartung von 7,5% aus. Außerdem schätze ich das Langfristwachstum, also das Wachstum bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf 1,5%. Für die Schätzung des Umsatzwachstums orientiere ich mich an den Ideen des Unternehmens. Das geht nämlich von ca. 7,5% aus und die schreibe ich einfach mal fort für den gesamten 10-Jahres-Zeitraum. Damit schauen wir uns mal die Ergebnisse der Abschätzungen an. In der ersten Spalte sehen wir die Sales Conversion Rate über die vier verschiedenen Szenarien. Dann den inneren Wert ohne Risikoabschlag. Dahinter den prozentualen und absoluten Risikoabschlag. Und in der letzten Spalte sehen wir unter MIB Kursziel die Abschätzung des inneren Wertes unter Berücksichtigung der Margin of Safety. Wir sehen also innere Werte, damit Kurszielabschätzungen, die zwischen 41,30 und 43,29 US-Dollar liegen. Wenn wir einen Strich drunter ziehen, aktuell haben wir einen Kurswert von 41,82 US-Dollar. Und das ist etwa realistisch bewertet. Und damit fassen wir das Ganze in einer kurzen SWOT-Analyse zusammen. Die Stärken der Comcast sind sicherlich die Multi-Channel-Vermarktung sowie das Cross-Selling. Was meine ich damit? Man hat eine breite Vermarktungskette, das heißt man produziert Content selbst. Die kann man dann in die Kinos geben. Man hat Themenparks und man verkauft das Ganze dann über die Privatfernsehkanäle. Gleichzeitig ist es natürlich so, einen Film zu produzieren ist teuer, aber ihn dann zu verleihen kostet praktisch nichts mehr und das kann man weltweit machen. Außerdem in puncto Sky hat die Comcast eine tolle Marktstellung in Italien, Deutschland und Österreich. Schwächen? Naja, es ist eine wettbewerbsintensive Branche und die wird immer wettbewerbsintensiver. Noch vor vielleicht 15 Jahren war man allein auf dem Markt, aber es gibt immer mehr Player und damit wird der Kuchen durch mehr geteilt. Und daraus ergibt sich gleich die nächste Schwäche. Wir haben nämlich erodierende Marschen. Bei den Opportunities sehen wir bei der Comcast einen steigenden Glasfaseranteil, was natürlich positiv ist. Und es deutet sich ab, dass der Erwerb von Sky ein strategischer Schritt war, der sich in der Zukunft noch mehr auszahlen könnte. So far, so good, so what? Aber wie schaut es mit den Bedrohungen aus? Wir haben natürlich einen wachsenden Wettbewerb. Und der bezieht sich nicht nur auf verschiedene Anbieter von Content, sondern inzwischen jetzt auch auf verschiedene Kanäle, wie zum Beispiel ein 5G-Heimnetzwerk oder Satelliten-Internet. Und da sind natürlich auch richtige Platzhirsche dabei, die verstehen keinen Spaß wie T-Mobile, SpaceX und Amazon. Und natürlich für alle Online-Geschäfte ist eine große Gefahr das Thema Cybersicherheit. Was mache ich jetzt daraus unterm Strich? Ich bin ein bisschen hin und her geschwankt zwischen einer Verkaufs- und einer Halteposition. De facto heißt aber eine Halteposition nicht einsteigen. Und das werde ich auch nicht tun. Würde ich sie verkaufen, wenn ich sie hätte? Naja, dann hätte ich mir vorher das Thema mit dem Substanzwert angeschaut und es würde mich nicht überraschen. Von daher würde ich sie jetzt wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Aber da ich sie nicht habe, stellt sich für mich die Frage nicht. Aber die andere Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie steht ihr zur Comcast? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonniert ihr gleich den Kanal, dann versorgt ihr nichts. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.